Ja, jetzt freuen wir uns sehr und wir sind sehr gespannt, Alexander, auf deine Lebensgeschichte, auf dich, diesen besonderen Menschen, der von sich sagt, und das ist eine krasse Aussage, ich musste erst sterben, ich musste erst getötet werden, bevor ich leben konnte. Was seine Nahtoderfahrung mit Ostern zu tun hat und wie diese Erfahrung sein Leben verändert hat, das erfahren wir jetzt von ihm. Sein Vortrag beginnt kurz nach diesem Film. Die nächste Geschichte hört sich an wie ein Krimi. Im niederbayerischen Pfarrkirchen wird Alexander Schott in seiner eigenen Gastwirtschaft überfallen und brutal niedergestochen. Dabei fährt ihm die Klinge eines 25 cm langen Messers mitten ins Herbst. Alexander Schott kämpft ums Überleben, ein Ereignis, das mit einem Aufschrei in die Geschichte einer Kleinstadt eingeht und ungeahnte Folgen hat. Meine kriminelle Karriere, die hat mit sechs eigentlich begonnen. Weil da habe ich das erste Mal angefangen, bei den Verwandten Geld zu klaren, bei meiner Oma, bei meiner Tante. Und das ging dann so richtig los. Wir sind dann umgezogen und da habe ich dann immer mehr geklaut. Und letztendlich, wie ich dann drogensüchtig geworden bin mit 15, habe ich angefangen richtig so zu dealen und Beschaffungskriminalität, Einbrüche, Diebstähle. Da wurde es dann richtig wild. Alexander Schott will einen Schlussstrich ziehen und versucht einen Neuanfang als Gastwirt. Doch dann holt ihn die Vergangenheit durch alte Kontakte aus der Szene wieder ein und das Unfassbare geschieht. Zwei Männer stürmen kurz nach Mitternacht in die Gastwirtschaft von Alexander Schott. Einer davon, getarnt mit Mütze und Sonnenbrille, ruft, wo ist der Wirt? Dann rennt er zielgerichtet auf sein Opfer zu und sticht viermal brutal darauf ein. Ich habe den erkannt und schon hat er das Messer zugestochen und bin zu Boden gegangen und bin dann geflohen vor dem, über diese Theke gehüpft in dieser Todesangst. Und stand dann wieder neben dem, ich habe noch zwei, drei Stiche gekriegt, einen ins Gesicht hier auch runter. Und dann habe ich das Hemd aufgerissen und habe gesagt, jetzt langt, ich sterbe und die zwei sind dann geflohen. Einer der vier Messerstiche ging Alexander Schott mitten ins Herz. In der Unfallchirurgie wird eine Notoperation ohne Herz-Lungen-Maschine durchgeführt. Die Ärzte geben ihm kaum Überlebenschancen. Der war im kardiogenen Schock. Also das Herz hat nicht mehr genug Blut ausgeworfen, um den Körper zu versorgen. Der Blutdruck war ganz niedrig, also nicht mehr messbar. Und das ist eben der Zustand, an dem Patienten mit Herzwunden normalerweise sterben. Wenn es fünf Minuten länger gedauert wäre, wäre es wahrscheinlich zu spät gewesen. Als Alexander Schott wieder aufwacht, steht er unter Polizeischutz. Denn die Täter sind immer noch auf freiem Fuß. Panik macht sich breit. Ich konnte keine zehn Minuten ruhig liegen bleiben, mir war der blanke Angstschweiß auf der Stirn. Und ich wurde immer unruhiger und immer nervöser. Und da habe ich dann die Bibel angefangen zu lesen. Und letztendlich, das, was ich gelesen habe im Neuen Testament, das wusste ich noch nicht. Mit Jesus, das hatte ich noch nicht gecheckt. Das war für mich neu. Ich konnte nichts damit anfangen, aber es war spannend. Und ich habe dann einen Freund, den ich kannte, der wusste ich, der hat auch was mit Jesus erlebt. Den habe ich dann angerufen, dass der mir das überhaupt noch erklärt, was das bedeutet. Also von dem ganzen Drei-Stunden-Gespräch am Telefon, da weiß ich eigentlich nur noch, dass er mir erzählt hat, was Jesus gemacht hat am Kreuz. Dass er für unsere Sünden gestorben ist. Und das war für mich auf einmal wirklich ein spannendes Thema. Ich hatte so viel verkehrt gemacht. Und ich wollte neu anfangen. Und dann hat er mir eben gesagt, dass man mit Jesus ein neues Leben anfangen kann. Und dass er ihm Jesus die Sünden vergibt. Davon ist Alexander Schott tief beeindruckt. Doch dass diese Vergebung auch für den Täter gelten soll, der ihn niedergestochen hat und dafür nur ein paar Jahre Knast bekommen hat, damit tut er sich schwer. Mir war das natürlich bewusst, dass ich hier vergeben musste. Ich habe das im Vaterunser quasi gelesen. Und letztendlich war es mir da, ich musste den vergeben, aber es war nicht einfach. Und es ist dann so gewesen, dass ich über die Jahre immer wieder auch gebetet habe, immer wieder ihm Vergebung ausgesprochen habe und ihm dann dreimal begegnet bin. Und da wurde es dann konkret. Und die letzte Situation war dann eigentlich so, dass es durch war bei mir. Wir haben dann auch ein normales Gespräch geführt. Amen. Der Salomo auch. Und der Salomo betet auch. Ja, also ich bin Gott wirklich dankbar, dass ich überlebt habe. Weil ich weiß eigentlich heute, dass ich ohne ihn gestorben wäre. Ich hatte keinen Klassenschimmer gehabt. Und heute habe ich ihn erlebt. Und was für ein Unterschied. Das ist einfach phänomenal. 30 Jahre ist das jetzt her, dieser Überfall auf mein Leben. Mit 18 Jahren habe ich einen Antiquitätenladen eröffnet mit Werkstatt. Und mit 23 Jahren dann noch zusätzlich diese Jazzkneipe. Biergarten, Jazzfrühschoppen. Und eigentlich lief das ganz gut. Aber mit 15 Jahren begann eine 10 Jahre andauernde Drogenabhängigkeit. Und parallel Beschaffungskriminalität, Diebstähle, Einbrüche, Dealen. Alles, was dazugehört hat, um den Konsum letztendlich zu finanzieren. Und eines Tages passierte es. Damals war ich 25 Jahre alt. Die Tür ist aufgeflogen. Zwei Typen sind miskiert reingekommen in die Kneipe. Ich war gerade noch beim Abkassieren. Der letzten Gäste, es war Samstagabend um halb eins. 20.03. Ist noch nicht so lange her. Frühlingsanfang. Zwei Männer mit Beil und mit Messer sind reingestürmt, sind auf mich zugestürmt. Wir haben gekämpft am Boden. Ich war am Boden und ich habe plötzlich gemerkt, es geht mir ans Leben. Ich habe geschrien, helft es mir, helft es mir, die wollen mich umbringen. Und in dem Moment bin ich aufgesprungen. Das Beil ist neben mich reingegangen in die Bank. Es war eine dramatische Szene. Die Gäste sind geflohen. Und ich war hinter den Tresen. Und in dem Moment sehe ich das Messer. Der hat das Messer in der Hand. Und er sticht zu. Und zack, das war ein Messerstich ins Herz. Das kriegt man gar nicht mit. Ich habe es gar nicht gecheckt. Erst im Nachhinein natürlich. Weil das verschwindet von deiner Erinnerung. Und ich habe den Täter erkannt. Ich habe den Täter erkannt. Es war einer aus der Drogenzene. Den kannte ich schon zehn Jahre. Das hat mich eingeholt. Und dann bin ich von ihm geflohen. Der zweite Täter war da. Er hat mich noch mal trittiert. Ich bin über diesen Tresen gesprungen. Und ein Gast ist zum Telefon gelaufen. Während ich diesen Stich ins Wässer gekriegt hatte. Er hatte das Telefon in der Hand. Hat die Polizei schon angerufen. Und der erste Täter ist an ihm ran. Hat das Messer an die Kehle gesteckt. Und wollte da gerade irgendwas tun. Und dann bin ich geflohen vor dem zweiten Täter. Und stand unvermittelt neben diesen Täter. Und da hat er das Messer weggelassen von dem. Der hat gesagt, ich habe schon telefoniert. Und hat mich noch zweimal reingestochen. Einmal hier und einmal noch da runter. Es war dramatisch. Und dann ist er geflohen. Ich stand da immer noch. Und das ist heftig. Ich will es gar nicht so ausführen. Was da abgegangen ist. Wie er flieht, steckt er das Messer in die Theke rein. Wie im Film. Und ich reiße das Hemd auf. Und ich sage, jetzt langt es, ich sterbe. Was für eine Zähne. Heute kann ich darüber lachen. Aber das war dramatisch. Und das ging blitzschnell. Es ging blitzschnell. Wie im Film, aber real. 15 bis 20 Minuten braucht es ungefähr, bis man stirbt. Bis du ausgeblutet bist. Bis nichts mehr ist. Und so schnell solltest du eigentlich irgendwo mal auf den OP-Tisch kommen. Und da sollte vorher noch der Sanker kommen und dich abholen. Wenn es ja nicht gerade im Krankenhaus passiert. Was hier nicht der Fall war. Und ich hatte Glück. Es war so, dass der Notruf zeitgleich abgesetzt worden ist, während ich diesen Messerstich ins Herz gekriegt habe. Und die Polizei hat sofort das Krankenhaus informiert. Die waren gerade. Verkirchen ist so eine Kleinstadt. Da läuft eigentlich nicht ganz so viel. Aber die hatten gerade einen Fall. Haben den frisch vom OP-Tisch runtergetan. Und Sankerfahrer und Notarzt haben sich noch vor dem Krankenhaus unterhalten. Sankerfahrer war ein Bekannter von mir. Der das Lokal kannte. Das war neu. Und der sagt zu dem Notarzt. Komm, steig ein. Wir fahren da hin. Zack, waren die da. Und vor Ort haben die mich dann OP fertig gemacht. Das heißt Anästhesie. Das war der Chefanästhesist vom Krankenhaus. Hat gesehen, das ist dramatisch. Das ist nichts Kleines. Der braucht sofort eine Anästhesie. Und wenn du stirbst, und das ist der Fall, dann lässt alles nach. Code Urin, der Sankerfahrer hat gesagt, weil ich habe ihn dann später gefragt. Er hat gesagt, du hast mich gefragt, du, ich muss mal. Und er sagt, lass es laufen, lass es laufen. Ich war da noch dabei. Ich habe nichts mehr gesehen. Aber letztendlich war ich im Sterbeprozess. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen. Und in dem Attest später, der Arzt hat mir das gesagt. Ich war im Sterbeprozess. Moribund, das heißt ohne messbaren Puls, ohne Blutdruck mehr. Dem Tod geweiht. Könnte man das übersetzen. Sterbend. So war ich auf dem OP-Tisch. Blitzschnell. Aufgemacht. Rippe entfernt. Gesehen, das Herz ist es. Herzbeutel. Aufgemacht. Gesehen, das Herz selber ist es. Der eine Arzt steckt den Finger in das Loch von dem Herz rein. Und sagt zu dem anderen, du musst jetzt operieren. Der sagt, das geht gar nicht. Ohne Herz-Lungen-Maschine. Das Blut ist da überall. Also da war kein Blut mehr. Da kam nur noch Blutplasma raus. Was sie mir gegeben haben. Aber dann hat er es gepackt. Und hat tatsächlich das Unmögliche möglich gemacht. Und hat an dem sich bewegenden Herzen das zugenäht. Während das Ding da noch rumgegangen ist. Das ist wirklich unfassbar. Drei Stunden war diese OP. So eine OP gibt es normalerweise nicht. Die kann man auch nicht üben. Die kann man einfach nicht eintrainieren. Und dieser Arzt, der hat es gepackt. Und so hat er das Loch am sich bewegenden Herzen zugenäht. Später bin ich dann im Krankenhaus zu mir gekommen. Ich bin mit dem Hubschrauber nach München geflogen. Falls noch irgendwas wäre. Da gab es eine Hutz-Lungen-Maschine. Da hätte man wenigstens operieren können in meinem Herzen. Aber dort ist nichts mehr zum Tun gewesen. Bin dann wieder zurückgekommen. Und habe vergessen, in den Spiegel zu schauen. Und dachte, und habe auch schon organisiert, meine Putzfrau, ich hatte am Samstag ein Jazz-Früh-Shoppen, dass die das Blut wegwischt. Das hatte ich noch völlig im Griff. Die Putzfrau wischt das Blut weg. Und ich war schon angezogen und war auf dem Weg nach Hause. So, und dann war ich in dem Sankerfahrer. Ich habe mich herrlich amüsiert mit dem Sankerfahrer. Der war lebensgefährlich verletzt am Herzen. Hätte eigentlich eher ruhig liegen sollen. So kam ich im Krankenhaus im Verkürchen an. Und der Arzt hat auch nicht gewusst, wer jetzt der ich bin. Und dann sage ich, ja, Schott, das bin ich. Ja, sind Sie wahnsinnig. Legen Sie sich bitte hin. Sie haben eine schwere Herzverletzung. Ich wollte jetzt heim. Ich habe den Jazz-Früh-Shoppen. Ich habe vergessen, in den Spiegel zu schauen. Da hätte ich nicht so gut ausgeschaut. Hier genäht, alles völlig blau und überall vernäht. Damals bin ich den Tod von der Schippe gesprungen. Und ich habe es gar nicht realisiert. Habe es nicht realisiert. Wie ich dann im Krankenhaus lag, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich cool. Ich habe eine Versicherung. Vertretung habe ich organisiert. Jazz-Früh-Shoppen ist organisiert. Lauft. Und dann lag ich so in dem Krankenhaus und ich war unruhig. Von den Drogen aber überhaupt. Ich war ein aktiver Typ. Ich war total unruhig. Und ich habe Panik auf einmal gekriegt. Plötzlich habe ich gemerkt, wow, ich könnte sterben. Weil der Arzt hat mir gesagt, wenn ich jetzt nicht ruhig liegen bleibe, dann riskiere ich mein Leben. Jetzt habe ich das erst alles realisiert. Und dann war ich so im Krankenhaus immer ruhiger gestellt. Aber ich war unruhig. Und in dieser Zeit, Polizei hat bundesweite Verhandlungen gemacht, Tagesschau überall. Man wusste nicht genau, was eigentlich der Hintergrund ist. Die Täter sind noch gesucht worden, ob da eine Wiederholungstat kommt, ob die mich nochmal aufsuchen. Man hatte keine Ahnung. Also war ich völlig isoliert, geheim in diesem Krankenhaus drin. Keiner wusste, wo ich bin oder ob ich da bin überhaupt. Und eine Frau wusste, das war die Putzfrau. Interessanterweise. Die wusste das ganz genau. Und diese Putzfrau, die kannte ich schon länger, das war eine Christin. Und sie war sehr resolut, muss ich sagen. Sie ist diese ganzen Sperren durchgebrochen, mit einer Bibel bewaffnet in der Hand. Und so drückte sie mir tatsächlich die Bibel in die Hand und sagte zu mir, Jesus hat Gnade walten lassen und hat dein Leben von den Toten errettet. Bäm, ist sie wieder abgerauscht. Da saß ich mit der Bibel in meinem Bett, mit dem Satz. Und ich muss ehrlich sagen, mit dem Christentum, da hatte ich es nicht so. Das war nicht so mein Ding. Ich habe da schon einige Genossen kennengelernt, das war nicht so meine Nummer. So, dann lag ich da, habe die Bibel so gelesen. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein cooles Buch. Vorne lese ich das Buch der Bücher. Wow, da musst du schon mal reinschauen. Ich hatte schon mal so eine Bibel in der Hand. Ich habe mich dann erinnert, in der Offenbarung Drachen und Schlangen und was da alles war. Ja, das war nicht verständlich für mich. Ich habe es dann wieder weggegeben. Aber jetzt war ich interessiert und sie hat gesagt, neues Testament, lese mal die Geschichte von Jesus. Das habe ich gemacht. Und wie ich dann so diese Geschichte von Jesus lese, denke ich mir, ist sehr spannend. Ich kannte das gar nicht. Religionsunterricht habe ich geschwänzt. Wenn sie um die Kirche gegangen ist, bin ich abgehauen. Ich war also nicht so christlich sozialisiert, aufgewachsen. Und plötzlich merke ich, wenn ich immer mehr lese, bin ich ruhig geworden und es macht was mit mir. Und dann ist mir einer dieser Genossen eingefallen. Den habe ich dann nachts angerufen und habe gesagt, du, den kannte ich von einer Umschulung. Er lange Haare, ich lange Haare. Mittags haben wir uns besucht. Ich dachte, drehe ich schön einen Joint miteinander mit ihm. Die Umschulung kriegen wir rum. Und er fängt an, Lieder zu singen und christlich und so. Und sagt, er raucht nicht mehr. Da dachte ich, oje, war ich wieder weg. Aber der ist mir an dem Abend eingefallen. Ruf ihn an und dann sagt er, wir haben alles schon gehört. Es war klar, es war das Tagesgespräch im Verkirchen. Logisch, das ist heftig. Und wussten Bescheid und wir haben schon gebetet, hat er gesagt. Und dann habe ich ihm das erzählt, was mir, ja, das weiß er schon. Sondern du, ich lese hier die Bibel und so. Ja, ob ich das überhaupt verstehe, was da so steht. Was soll ich verstehen? Und dann erklärt er mir, was Jesus getan hat. Und auf einmal war das sehr interessant. Dass er die Schuld von mir getragen hat. Hey, da habe ich aber echt aufgerocht. Schuld hatte ich ein sehr klares Bewusstsein. Alles, was man nicht machen sollte, hatte ich gemacht. Schuld wusste ich. Und dann sagt er, ich kann ein neues Leben anfangen. Und die Botschaft hat mich echt getroffen. Ich habe gemerkt, dieses Leben, was ich jetzt hatte, das hätte zu Ende sein können. Und jetzt auf einmal kann ich neu anfangen. Es war eine ganz klare Botschaft, die ich sehr gut verstanden habe. Und dann sagt er, beten wir. Ui, das ist nicht so, ja. Ich bete vor, du betest nach, okay. Dann bete ich, er betet irgendwas und ich glaube, es war so, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Und ich habe dann das nachgebetet. Herr Jesus, komm du in mein Leben und so. Und dann vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld, da war ich schon dabei. Und mach du mein Leben neu. Habe ich das auch gebetet. Und plötzlich ist es mir eingefallen, da gehört eigentlich ein Amen dazu. Das wusste ich noch. Dann sage ich Amen hinter dieses Gebet. Und in dem Moment, wo ich dieses Amen gesagt hatte, vorher war das genauso, wie ich es erzählt habe. Ins Blaue, ins Nichts. Ich hatte keine Ahnung, was ich da eigentlich treibe. In dem Moment, wo ich dieses Amen gesagt habe, hatte ich ein klares Bewusstsein von Gott. Auf einmal war es klar. Er ist ja da. Ich hatte eine Beziehung. Ich wusste, er existiert. Er ist jetzt da, er hört. Er ist dabei. Vorher nicht. Hinter diesem Amen, ja. Das war erstaunlich. Dann sagt er noch, jetzt legst du dich ins Bett und dann packst du so ein Päckchen Papiertaschentücher neben deinem Bett und denk mir, okay, das mache ich jetzt auch noch. Leg mich so ins Bett, leg die Päckchen Papiertaschentücher neben mein Bett und tatsächlich in der Nacht wache ich auf und ich muss weinen. Und ich schreie. Ich brülle fast schon in diesem Krankenhaus. Die Nachtschwestern sind angekommen, die wussten gar nicht, was passiert. Auf einmal hing ich an der ihrer Schulter. Ich habe nicht aufgehört, das wurde immer wilder. Stundenlang ging das. Da haben sie mich abgeschleppt ins Nachtschwesternzimmer. Dort war ich dann bis in den frühen Morgenstunden. Die waren auch völlig überfordert. Ich war damals in der Geburtenstation, fällt mir gerade ein. Weil da war es ruhiger. Da haben sie mich reingelegt, unten war es ein bisschen hektisch. Und auf jeden Fall ging der Tag dieser Abend vorbei und dann haben sie mich wieder ins Bett geleitet. Es war Morgenstunde. Ich schaue so aus dem Fenster raus, war dann ruhig auf einmal und sehe, wie die Sonne so aufgeht. Der Nebel so dämmert und bin begeistert. Und fange an, mit Gott ganz normal zu reden. Und plötzlich sage ich, Gott, wow, das hast du alles gemacht. Ich war völlig hin und weg. Und fange an, so mit ihm zu plaudern. Sag ich, die Sonne, das ist ja super. Der Nebel. Früher habe ich Trips und Essens und was ich alles genommen habe, um solche Erlebnisse zu kriegen. Und hatte sie nicht. Und jetzt war ich hier völlig ohne Drogen in einer super Atmosphäre. Dann kommt das Frühstück. Und das Frühstück roch sehr gut. Das roch sehr gut. Semmeln. Kaffee. Und ich war vor dem Frühstück und dachte mir, solltest du dir vielleicht mal Gott danken. Und fange schon an, so mit Gott zu reden. Wie gesagt, bin ich religiös aufgewachsen. Sag ich, Gott, super für das Frühstück. Danke dir. Riech gut. Und Kaffee und so. Und während ich so anfange zu danken, Stück für Stück, was da so liegt, fällt mir plötzlich meine Zähne ein. Ich war aktiv, habe gedealt. Ich kannte viele Leute. Bis nach Landshut leider, muss ich gestehen. Und auf einmal fällt mir der ein, wie der Drogenabhängig ist. Ein junges Mädchen. Eine Zähne ist vor meinem Auge, wie sie angefixt worden ist auf einer Fete, auf einem Festival. Und plötzlich ist sie umgefallen mit dem Kopf vorüber, mit dem Gesicht in die Pfütze. Und keiner hat sich um sie geschert, sie hätte ertrinken können. Auf einmal war mir das so klar vor Augen, dass diese Menschen einen Trip zur Hölle unterwegs haben, der nur in den Tod führt, was ich gerade erlebt habe. Und so habe ich angefangen, für dieses Mädchen zu beten, für jene zu beten, für diese zu beten. Und ich habe sehr viele Leute gekannt. Jeden habe ich, der mir eingefallen ist. Gott gesagt, Gott erreiche sie. Er rette sie. Rette sie vor diesem Wahnsinn. Und es wurde Mittag. Ich habe stundenlang gebetet. Und so waren meine ersten Stunden mit Gott. Ich war dann noch drei Monate im Krankenhaus. Ich muss Ihnen noch eine Geschichte erzählen, bevor ich auf Ostern komme. Ich war so glücklich. In dem Krankenhaus. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich hatte mich wohl gefühlt. Die Versicherung hat gezahlt. Gott war da. Ich war alleine. Der Jazz-Frühschoppen lief ohne mich. Es war herrlich. So hatte ich mich angefangen, häuslich einzurichten. Hatte meine Bilder aufgehängt, deren Bilder abgehängt. Und so hatte ich mich also da eingerichtet. Drei Monate gingen ins Land. Und irgendwie wurde es immer am Schluss seltsam. Weil die haben immer gesagt, schauen Sie mal draußen schön. Es gibt noch was anderes hier. Die wollten mich loswerden. Ich habe es gar nicht verstanden. Auf jeden Fall war ich in diesem Krankenhaus. Und es wurde dann ein bisschen seltsam. Ich muss Ihnen noch eine Geschichte erzählen. Weil ich hatte dann so ein Diensteifer plötzlich gekriegt. Ich war dankbar und wollte meine Dankbarkeit ausdrücken. Und wenn die Ärzte gekommen sind, bin ich plötzlich aufgesprungen. Habe die Ärzte alle die Hand geschüttelt. Dann habe ich ihnen Obst angeboten. Am nächsten Tag hatte ich noch mehr Obst. Und dann kam die Putzfrau rein und fängt da an zu wischen. Und ich springe auf, entreiße ihr den Schrupper. Sie hält ihn fest. Das war also eine dramatische Situation. Sie hat gesiegt. Der Schrupper blieb bei ihr. Und dann habe ich schon gemerkt, das klappt so nicht. Also man muss sich irgendwie auch anders vielleicht benehmen. Auf jeden Fall nach drei Monaten bin ich dann raus aus dem Krankenhaus gekommen. Und kam zurück in mein Jazzlokal. Boah, da war die ganze Geschichte. Das Blut war natürlich nicht mehr da. Aber die ganze Geschichte lebte auf einmal sehr aktiv. Und ich merkte dann, das ist ja mein Leben. Ich hätte am liebsten nichts mehr gewusst davon. Aber ich stand dann da plötzlich wieder mittendrin. Ich hatte noch eine Antiquität. Und da kommt ein Kunde und sagt, Herr Schott, Mensch, schön, Sie zu sehen. Und dann nimmt er was nach einem langen Gespräch und will was kaufen. Und sagt, das würde ich gern kaufen. Und dann sage ich, ja, oje, ich habe es geklaut. Und hat es in meinen Laden gestellt zum Verkauf. Und jetzt hat er es in der Hand. Und dann sage ich, nee, das können Sie nicht kaufen. Habe es weggetan. War ein bisschen seltsamer. Er wollte aber mir was Gutes tun. Hat er was anderes genommen. War auch geklaut. Habe ich ihm das auch abgenommen. Jetzt wurde es schon sehr dramatisch. Das dritte war endlich nicht geklaut. Bezahlt, ab, Tür auf, zugeschlossen. Und ich habe erst gemerkt, wow, ich muss mein Leben in Ordnung bringen. Ich stand mitten von lauter geklautem Zeug. Da habe ich es erst realisiert. Aber, da möchte ich jetzt einen Break machen. Ich habe gemerkt, mein Leben hat neu angefangen. Und ich konnte jetzt auf einmal dieses Leben umsetzen in meinem alten Leben. Ich habe alles zurückgegeben. Es hat zehn Jahre gedauert, bis ich die Leute überhaupt wiedergefunden habe. Und konnte jetzt Sachen in Ordnung bringen. Da habe ich außergewöhnliche Sachen erlebt. Ich hatte auf einmal den Mut und die Kraft, neu anzufangen, mein Leben neu zu gestalten. Und auf einmal gelangen mir auch die Dinge. Manche schneller. Später habe ich festgestellt, erst wirklich Jahre später, dass ich ab diesem Gebet schlagartig drogenfrei war. Das war auch ein Phänomen. Ich habe selber auch Leute begleitet mit Drogen. Das ist ja nicht immer so. Aber bei mir war das so eine Gnade, dass ich das erlebt habe, dass ich drogenfrei geworden bin. Später, sechs Jahre später, einige Jahre später, bin ich in die Kirche gegangen, neuerdings sonntags. Und da sind mir Missionare begegnet. Und dann haben die von Afrika geredet. Und auf einmal war ich Feuer und Flamme. Und dachte, das ist was für mich. Und tatsächlich sind wir dann als Familie sechs Jahre nach Afrika. Ich habe mein ganzes Leben neu ausgerichtet. Das Geschäft verkauft, die Jazzkneipe verkauft. Und habe etwas anderes gemacht. Ich wollte jetzt Menschen helfen. Das war auf einmal so ganz klar in meinem Herzen drin. Ich wollte das, was ich geschenkt gekriegt habe, nützen. Nochmal mein Leben nützen und nochmal einsetzen. Für andere Menschen. Ostern feiern wir hier die Auferstehung. Und zwar die Totenauferstehung von Jesus. Drei Tage war er im Grab. Und danach ist er auferstanden. Wir haben das so schön gehört vorhin. Und er erschien den Jüngern in verschlossenen Häusern, heißt es. 500 Leuten ist er begegnet mit seinen Wunden noch am Körper. Einer hat sogar die Finger reingelegt. Und dann, nach 40 Tagen, ist er in einer Wolke aufgestiegen in den Himmel. Vor den Augen der Leute. Zu fantastisch? Ist es zu fantastisch? Nein. Es ist genauso real, wie das, was ich erlebt habe. Genauso real. Vor meinem Messerstich ins Herz, habe ich nichts davon geglaubt. Wenn ich mich überhaupt dafür interessiert habe. Und beten konnte ich schon zweimal nicht. Zu wem denn auch? Und warum? Aber seit ein einziges Gebet hatte ich, wie ich mal eine Freundin nicht gekriegt habe, da war ich so verzweifelt. Da habe ich dann gebetet. Gott, wenn es dich gibt, gib mir diese Frau. Ich erinnere mich schon noch an dieses Gebet. Er war, glaube ich, das einzige Gebet. Aber dann nie mehr. Und seit diesem Gebet im Krankenhaus damals, lebe ich jeden Tag mit Jesus. Erlebe ich jeden Tag Gott. Jeden Tag. Das ist wirklich phänomenal. Ich kann es gar nicht. Er ist da. Halleluja. Und deswegen sage ich heute den Ostergruß. Er ist auferstanden. Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus ist auferstanden von den Toten. Halleluja. Das ist eine reale Tatsache. Das ist der Ostergruß von uns Christen. Und heute erinnern wir uns an das, was Jesus eben erleidet, am Kreuz erlitten hat. Nämlich, dass er die Schuld, was ich erleben durfte, auf sich genommen hat. Ich hatte keine Ahnung davon. Er hat es schon damals getan. Aber plötzlich im Gebet wurde es für mich, für mich, wurde es für mich real. Und ich war weg von der Schuld. Plötzlich war mein Gewissen wieder in Ordnung. Und ich konnte neu anfangen. Das ist Ostern. Das ist Ostern. Es ist der Triumph über den Tod. Der Triumph über den Tod, weil er wahrhaftig auferstanden ist. Wir feiern heute diese Auferstehung zu Ostern. Das ist unser Thema. Diese Botschaft, die ich erlebt habe, haben auch viele Millionen Menschen schon erlebt. Nämlich diese Kraft der Auferstehung, dass Jesus lebt. Das treibt die Christen vorwärts. Sollte es sein. Weil verblüffenderweise glauben viele Christen nämlich nicht an die Auferstehung. Man glaubt es ja nicht. Aber es gibt mehrere Statistiken. Ich lese hier 60 Prozent der Christen in Deutschland. Von den Katholiken glauben nur 28 bis 61 Prozent dran. Von den Evangelischen 23 bis 58 Prozent. Und von den Freikirchen sage und schreibe nur 55 Prozent. Glauben an die Auferstehung. Das ist doch verblüffend. Die Zahlen sind sehr unterschiedlich, aber sie belegen das. Der Apostel Paulus, der uns einen großen Teil des Neuen Testamentes hinterlassen hat, schreibt dazu in 1. Korinther 15, 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe. Also kein neues Phänomen, schon damals haben die Christen scheinbar nicht dran geglaubt. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos, aber auch euer Glaube. Das ist eine vernichtende Aussage. Absolut vernichtend, da gibt es nichts dran zu rütteln. Die Auferstehung, andersrum gesagt, ist also das Fundament unseres Glaubens als Christen. Ohne dieses Fundament inhaltsloser Glaube. Und darum heißt es, Jesus ist auferstanden. Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Jesus ist auferstanden. Amen. Da bin ich richtig begeistert. Eine Frage noch. Wieso ist unsere Gesellschaft eigentlich so geprägt, dass Christen nicht an die Auferstehung glauben? Hängt es etwa mit dem Verständnis, unserem Verständnis mit dem Tod zusammen? Was glauben wir eigentlich geschieht nach dem Tod? Der Realismus sagt uns, der Tod als Teil des Lebens gehört dazu und dann ist Schluss. Fertig. Stimmt es? Die Esoterikwelle boomt, die Suche nach Spiritualität, Menschen suchen nach Antworten. Die deutliche Mehrheit der Menschen ist religiös. Sie glaubt sehr wohl an etwas Übernatürliches. Realismus ist also eher ein westlicher Eindruck, der seine Berechtigung hat, aber den Blick auf das verstellt, was unsichtbar ist. Aber genauso real ist. Gott ist genauso real. So real, dass er sogar wissenschaftlich belegt ist. Wir Deutschen lieben das ja. Corona-Krise, Wissenschaft. Das wichtigste Wort. Wissenschaftler haben es gesagt. Was meine ich dazu? 1. Korinther 15, Vers 3. Denn ich habe, Paulus sagt dazu, ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das Leben Jesu, sein Wirken, wurde in den Schriften, also in der Bibel, vielfach prophetisch vorhergesagt. Also Jahrhunderte schon vorher, was danach passiert. So, jetzt haben ja die Kritiker gesagt, ja, das kann man ja nachher reinschreiben, was damals passiert ist. Wir haben ja die Schriften von damals nicht. Bis in den 50er Jahren Folgendes passiert ist. Sie fanden Schriftrollen vor Jesu Geburt datiert. 200 Jahre vor Jesu datiert. Und da stand plötzlich auch was über Jesus drin. Hier sind diese Schriftrollen. Das ist so hier die berühmte Jesaja-Rolle. Die berühmte Jesaja-Rolle, man sieht sie ganz genau. Die musste ich schon mit dieser. Da gab es also eine ganz große Bibliothek. 200 Jahre vor Christus datiert diese Schriftrollen. Und da steht zum Beispiel Folgendes drin. Jesaja 7,14. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, was das wohl ist. 200 Jahre vor Christus, seiner Geburt. Und er wird sogar Immanuel heißen. Der Name steht auch drin. Jesaja 9,5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und so weiter. Und eine interessante Stelle noch. Jesaja 53, Vers 4. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft. Von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt. Um unserer Vergehen willen zerschlagen. Um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Steht hier drin. 200 vor Christus. Und am Kreuz von Golgatha hat es sich erfüllt. Am Kreuz von Golgatha ist Jesus hingegangen, hat die Strafe auf sich genommen. Damit wir Frieden haben. Die Bibel ist also ein prophetisches Buch. Und sie wird und hat sich schon erfüllt. Unsere Schuld, zum Beispiel steht da seine Wiederkunft drin, wird uns vor Gericht, was es geben wird. Und ich bin froh, dass es ein Gericht geben wird. Weil ich sage es ganz deutlich. Ich möchte nicht neben Hitler im Himmel sitzen. Das meine ich genauso, wie ich es ernst meine. Und ich bin mir sicher, dass ich es nicht tue. Weil es gibt die letzten Stunden in einem Film belegt, dokumentiert. Eine Sekretärin hat alles mitgeschrieben. Wie er gedacht hat, wie er gesagt hat. Er ist nicht umgekehrt. Er wollte noch das ganze deutsche Volk vernichten. Weil sie waren es nicht wert. So, und es gibt eine Gerechtigkeit im Himmel. Und da bin ich dankbar dafür. Und deswegen, das wird sich auch erfüllen, was da drin steht. Nochmal eine Vorhersagung der Schrift. 1. Korinther 15, Vers 3. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Dass Christus für unsere Sunden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er aufgeweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Diese Bedeutung der Botschaft, die ist absolut wichtig. Da heißt es nämlich, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also auch die, welche in Christus schon entschlafen sind, gehen dann verloren. Wenn wir aber in Laien in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendendsten aller Menschen. Ja, nein, Halleluja, es ist nicht so. Wir sind nicht die elendsten aller Menschen, weil Christus auferstanden ist. Weil er die Sünden genommen hat, Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Als ich 15 Jahre alt war, bin ich das erste Mal mit dem Tod konfrontiert worden. Ein Mädchen hatte einen Autounfall. Und wir standen an dem Grab. Und ich wusste nichts, was ich hätte zu dem Tod sagen sollen. Vor ein paar Tagen habe ich in der Zeitung gelesen, der Tod kam nachts. Ein junger Mann hatte Corona und nach fünf, sechs Monaten, er spielte wieder Fußball, ist er dann in der Nacht einfach an Herzversagen gestorben. Wenn man jung ist, beschäftigt man sich mit dem Tod nicht. Das ist eigentlich ganz normal. Weil man möchte ja leben, man möchte das Leben gestalten. Aber er ist real. Das müssen wir einfach erkennen. Er ist real. Und wenn ich keine Antwort, wenn ich keine Antwort darauf habe, und rechnen wir überhaupt damit, dass wir sterben? Nein, wir rechnen eben nicht damit. Man sieht es auch an älteren Leuten. Sie wollen Go-Go. Sie wollen noch aktiver sein. Ich staune immer. Hey, ich komme da gar nicht hinterher. So aktiv sind die. Weil die wollen jung bleiben, die Menschen. Ich verstehe das. Aber ist es nicht auch oft eine Flucht vor dem Tod? Vor dem, was jederzeit sein kann? Mein Leben hat sich verändert. Ich bin danach sechs Jahre nach Afrika gegangen. Ich habe Straßenkinder geholt. In eine Ausbildung gebracht. Ein Internat gegründet. Und diese Kinder, die kommen immer wieder, wenn ich bin dann immer einmal im Jahr unten und schaue, ob alles passt. Und einer kam her, den haben wir jetzt auch angestellt. Und der kam zu mir und hat gesagt, du, ich bin so dankbar, dass ihr da gewesen seid. Ich war auf der Straße. Heute kann ich lesen, schreiben. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Jetzt können wir ihn sogar anstellen als Mitarbeiter. Und dann sagt er zu mir. Und das Zweite, wofür ich so dankbar bin, dass ich Jesus kennengelernt habe. Auf einmal hat er eine Perspektive, eine Zukunft. Und er will den anderen helfen, in seinem Land helfen, den Menschen helfen. Und mir ist in dem Moment klar geworden, wir haben ein Leben geschenkt bekommen. Ich habe das Leben ganz konkret geschenkt bekommen nochmal. Und ich wollte es nochmal einsetzen. Und das ist mir Gott sei Dank gelungen, indem ich da unten Menschen ganz konkret helfen kann. Warum erzähle ich diese ganzen Erlebnisse? Wir haben diese eine Botschaft, die Osterbotschaft, dass Jesus lebt und er die Macht des Todes zerstört hat. Wir haben eine Botschaft des Lebens, des ewigen Lebens sogar für die Menschen. Denn Jesus ist auferstanden. Halleluja. Er lebt. Er lebt. Und diese Botschaft der Vergebung, dass wir Vergebung bekommen können für unsere Schuld, wo wir Dinge verkehrt gemacht haben und wir machen jeden Tag immer Dinge verkehrt. Jeden Tag können wir Vergebung bekommen. Das ist herrlich. Nicht, dass wir bewusst was verkehrt machen sollen. Nein, das meine ich nicht. Aber es passieren Dinge. Und Gott vergibt uns. So können wir jeden Tag neu anfangen. Und diese Botschaft, das Evangelium. Paulus sagt es in 1. Korinther 15, 1. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr es festhaltet. Ich möchte damit schließen und möchte ermutigen. Dieses Evangelium ist eine Kraft. Und diese Kraft, sagt Paulus auch, die Name steht hier, diese Kraft kann ein Leben verändern. Diese Kraft kann Neues schaffen, wo vorher nichts mehr möglich war. Ich habe das erlebt. Ich habe das bei vielen anderen Menschen schon gesehen. Und ich möchte einladen dazu, so wie ich damals eingeladen worden bin, ein neues Leben anzufangen. Sünden, wenn du hast. Böses Gewissen. Wenn du Dinge verkehrt machst. Ich weiß, von was ich rede. Auch heute noch. Da kannst du zu Jesus kommen. Und ich lade ein. Und es ist so einfach, genauso einfach, wie ich es erlebt habe. Es ist eine Entscheidung. Ich sage quasi, Herr Jesus, komm du in mein Leben und mach du mein Leben neu. Vergib mir meine Schuld. Und dann ist Ostern für dich, für jeden von uns. Jeden Tag neu erlebbar. Und dazu lade ich ein. Und ich möchte es jetzt konkret machen. Ich möchte beten. Und du kannst genauso beten, wie ich damals nachgebetet habe. So einfach ist es. Du kannst einfach beten. Es ist die Entscheidung, nicht die Wörter. Und ich lade ein. Und ich bete. Und wer will, kann mitbeten. Herr Jesus. Herr Jesus, komm du in mein Leben. Komm du in mein Leben. Und vergib mir meine Schuld. Und vergib mir meine Schuld. Und mach du mein Leben neu. Und mach du mein Leben neu. Amen. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Amen.